Hauhe! Mavi Plattenharz, Thomas Bruch, Suat Sada waren alle schon zu Gast im Hertha-On-Air-Podcast. Ihr könnt gerne auch nochmal in alte Episoden reinhören, wenn ihr was verpasst haben solltet. Das ist immer noch interessant, jede Wette. Heute freuen wir uns, einen Ex-Hertaner begrüßen zu können. Wir wollen mit ihm über die aktuelle Situation natürlich sprechen. Wir wollen über seine fußballerischen Höhepunkte reden und über seinen unangenehmsten Gegenspieler. Da bin ich mal gespannt. Er denkt schon nach, ich sehe es ihm an. Wir, das sind Thomas Reckermann und an meiner Seite ist Manne Sangel und der erzählt euch noch ein bisschen mehr zu unserem heutigen Gast. Und ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, weil über unseren Gast gibt es wirklich eine ganze Menge zu erzählen. Er hat nämlich 2002 schon bei uns in der Jugend angefangen. Man kann fast sagen, so ein bisschen einer der Ersten in der Akademie, der bei uns gespielt hat. Dann ist er 2006 zu den Profis befördert worden. Er hat insgesamt sechs Jahre lang unser Trikot getragen und das auch wirklich mit Stolz. Er hat verschiedene Stationen. Ich nenne mal nur so ein paar Valadolid. Spartak Moskau, Valicano in Goldstadt. Ein Traum. Dresden, tatsächlich ein Traum. Und du warst zum Pokal hier. Zum Glück haben wir die Dynamos im Elfmeterschießen nach Hause geschickt. Du hast 121 Spiele für unsere Hertha gemacht. Hast, wenn ich richtig informiert bin, sogar 13 Tore geschossen. Und hallo und herzlich willkommen Patrick Ebert oder Ebi, 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 wie alle sagen. Ja, Ebi ist schon richtig. Und vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich hoffe auf ein cooles Gespräch. Ich muss natürlich sie erstmal korrigieren. So bin ich halt. Ich bin schon seit 1998 bei Hertha gewesen. Schon relativ lange. Ich bin, deswegen wartet du mich mit der Akademie. Okay. Aber, ähm, jetzt ein Überstückfest. Ehrlich, Fragen, wie geht's dir? Also vor allen Dingen, wenn du den gleich korrigieren eingreifen kannst, musst du dir blenden gehen. Ähm, mir geht's soweit sehr gut. Also privat läuft alles super, so wie ich es mir vorstelle. Alle sind gesund, alle sind glücklich. Und sonst, ja, jetzt zur Zeit hier in Berlin, habe ich jetzt angefangen, meine erste Trainerlizenz zu machen, die B-Lizenz. Und, ja, da bin ich jetzt mit beschäftigt. Online-Phase, Präsenzphase mit einem alten Gefährten von mir, der mich lange schon in der Jugend begleitet hat, Ingo Weniger. Der war schon damals im BV mein Auswahltrainer, als wir noch ganz Lütt waren. Und jetzt, ja, leitet er den ganzen Lehrgang. Und da steckst du dann wahrscheinlich jetzt auch so deine Energie rein, weil du bist vereinslos, ne? Du hast zuletzt in der Türkei gespielt, hast dann aber selber gesagt, den Vertrag möchte ich auflösen. Und du kommst aus Potsdam, bist aber für mich und für viele von uns eigentlich nur Berliner und bist jetzt auch wieder hier in der Stadt. Wir haben uns kürzlich im Amateurstadion gesehen bei der U23. Nicht regelmäßig, aber immerhin hast du da schon mal die Nase reingesteckt. Macht das vielleicht so mit dir jetzt, ich bin wieder in Berlin und natürlich interessiert mich Hertha. 100 Prozent. Also immer, wenn ich hier war in Berlin in der Vergangenheit und Hertha gespielt hat oder irgendeine Jugendmannschaft von Hertha gespielt hat, war ich immer, habe ich versucht, aufs Gelände zu kommen oder ins Stadion. Weil ja, Hertha ist nach wie vor, ich hoffe, meine Verlobte hört nicht so, aber meine größte Liebe. Und da steckt viel Herzblut auch bei mir dabei. Und ich hatte eine wunderschöne Zeit hier mit natürlich auch einigen Tiefen, aber auch vielen Höhen. Und ja, ich will die Zeit auf keinen Fall missen, ganz klar. Lass uns mal über Hertha BSC sprechen, über die aktuelle Situation. Die Tabelle kann jeder lesen nach diesem Spieltag. Was sagst du, wo geht der Weg hin? Ja, scheiße. Also auf gut Deutsch sieht es jetzt halt aus, aber ich meine, wer die Ataner kennt, die wissen, die geben bis zum Schluss alles. Also so war es zumindest in meiner Zeit damals. Es gibt kein Aufgeben und solange alles möglich ist, wird alles daran gesetzt, es zu schaffen, den Klassenerhalt. Und ich glaube auch, dass jetzt Pahl wieder da ist, jemand, der den Verein kennt und der auf jeden Fall über die Schiene, ja nicht Kampffußball, aber auf jeden Fall Disziplin kommt. Und ich denke, das ist das, was die Jungs brauchen. Selbstvertrauen ist nicht gerade da, aber man kann es sich auch in jeder Trainingseinheit zurückholen, mit vielen Spielen und ja, Wettkampfähnlichen Spielformen. Und ich denke, da ist Pahl schon der richtige Mann jetzt für die Sache. Ja, Pahl macht ganz vielen Herthanern Mut und Herthanerinnen, die gesagt haben, wenn er jetzt kommt, dann bewegt der was. Du willst selbst Trainer werden. Was entzündet das in den Spielern, wenn ein neuer Trainer kommt in einer solchen Situation? Ja gut, das hat jetzt nicht mit meinem Trainersein zu tun erst mal. Also ich bin noch gar kein Trainer, bin noch weit davon entfernt. Ich sehe das jetzt aus Spielersicht noch, sozusagen neuer Trainer ist immer eine neue Chance für jeden einzelnen Spieler, die vielleicht nicht so viel gespielt haben in der Vergangenheit. Bei dem alten Trainer haben jetzt wieder eine Chance, es geht bei Null los. Und ja, jeder muss einfach seinen Stolz hin und anstellen und alles für diese Fahne geben. Und da darf keiner irgendwie auf gut Deutsch eine Fresse ziehen, wenn er nicht spielt, sondern muss die Spieler, die auf dem Platz sind, unterstützen mit allem, was er hat. Und ja, nur gemeinsam geht es. Und wenn da keine Zeit für irgendwie Ego-Aktion, also das geht wirklich nur als Einheit. Du hast gerade ja auch gesagt, dass du natürlich eher noch Fußballer bist. Wir sind in einer misslichen Situation, die du auch selber mit unserem Verein erfahren hast. Wir sind zusammen damals abgestiegen. Wie kriegt man die Köpfe frei? Oder wie hast du das damals gemacht? Oder versucht zumindest? Ja, ich glaube, also bei uns damals, also beim ersten Abschied gegen Düsseldorf war es, wir waren ja auch in einer ähnlichen Situation, konnten uns dann relativ gut fangen. Also in den letzten fünf, sechs Spielen haben es dann aus eigener Kraft in die Relegation geschafft, durch auch teilweise gute Spiele zu Hause, wenn ich nur mal an Hoffenheim denke, wo wir relativ deutlich gewonnen haben und dann aber in den beiden Relegationsspielen komplett vermissen lassen, was wir in diesen Spielen davor gezeigt haben. Ja, und das ist Relegation, hin- und rückspiel. Ja, da geht es dann um alles. Und damals hat es echt gefehlt. Ich weiß nicht, bis heute nicht, woran es gelegen hat. Natürlich mit diesem Skandalspiel in Düsseldorf, aber darauf sollte man es nicht schieben. Wir haben es einfach nicht verdient. Düsseldorf war besser in beiden Spielen. Und ja, am Ende sind wir leider verdient abgestiegen. War natürlich für mich persönlich traurig, weil es zugleich auch mein Ende dann bei Hertha war. Nee, war es nicht. Stimmt gar nicht. Du warst dann bis jetzt. Ich war nur da. Also Markus Babbel hat mich ja nicht überreden müssen, aber er hat mir auf jeden Fall Mut zugesprochen, dass wir direkt wieder aufsteigen. Und das haben wir dann auch eindrucksvoll geschafft. Und im darauffolgenden Jahr ging es dann wieder runter. Und dann war aus vielen Gründen auch dann eine Veränderung für mich. Ich wollte nicht in Deutschland irgendwo hinwechseln, weil ich nicht unbedingt gegen meinen Verein spielen wollte, sodass mich dann ins Ausland gezogen hat. Du hast das Düsseldorf-Spiel, ich muss das einfach an der Stelle sagen, du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Für mich ist das übrigens immer noch das einzige Fußballspiel, was immer noch nicht beendet ist. Weil es waren ja noch ein paar Sekunden und wir hatten die Chance, den Düsseldorfern noch einen einzuschenken, da wären wir nämlich drin geblieben. Am Ende zwar tatsächlich unverdient, aber ärgert mich tatsächlich heute noch. Vorher hast du kurz was von Spielform gesagt. In Potsdam gibt es ja das holländische Viertel, aber du hast früher mal nach dem holländischen Bild trainiert mit Kevin. Kannst du das uns mal kurz aufklären, was man sich darunter vorstellen kann? Holländisches Bild, also verbinde ich immer, oder haben wir damals mit Ajax Amsterdam verbunden. Also das ging bei uns in der D-Jugend los. Das war so meine erste Station bei Hertha im Jugendbereich und da hatten wir damals zwei Trainer, die sehr verliebt waren in das Spielsystem von Ajax. Das heißt, wir haben mit zwei äußeren Flügelspielern gespielt und haben viel auf kleinem Raum trainiert, viel Technik trainiert. Für mich ist das extrem schwer, weil ich halt eine sehr, sehr schlechte Technik hatte, wo ich zu Hertha gekommen bin. Das ist dann im Laufe der Jahre deutlich besser geworden, auch aufgrund dieser Trainingsform. Das heißt, passend im Quadrat, 4 gegen 4 auf kleinem Platz mit wenig Beikontakten. Und ja, hat uns auf jeden Fall sehr geholfen und wir haben alle sehr davon profitiert. Mit 17 hast du deinen ersten Profi-Vertrag bei Hertha unterschrieben und am Wochenende, am Mai-Wochenende, spielen wir nicht den Mai-Bock, aber wir spielen in München beim FC Bayern. Die sind aktuell ja auch nicht gerade so besonders prickelnd. Normalerweise würde man sagen, zu Beginn der Saison, das ist genau unsere Chance, die wir nutzen können. Nun wissen wir alle, wo wir stehen. Aber ich finde, aufgeben ist keine Option. Das Spiel fängt bei Null an, so blöd wie das klingt. Aber du hast natürlich mit Hertha oft in München gespielt, aber genauso wie wir alle oft noch mal den Sack gekriegt. Allerdings, und deswegen will ich auch gar nicht so über meine Spiele in München reden. Ich glaube, ich bin oft schon zur Halbzeit vom Feld genommen worden, weil es ich so schlecht war, weil wir teilweise die Solat gespielt haben dort. Aber wie du schon so schön sagst, jedes Spiel geht bei Null los und man hat jetzt in der jüngsten Vergangenheit gesehen, was eine Mannschaft, die vielleicht nicht den Kader hat, den der FC Bayern hat, wie Mainz 05, es schafft gegen Bayern zu gewinnen. Also das ist einzig und allein Leidenschaft und der absolute Wille, auch nach dem Rückstand, die lange auch zurück, dann nicht aufzuhören, sondern immer weiterzumachen, immer an sich zu glauben. Und ja, ein Spiel hat 90 Minuten und du kannst auch 2-0 zurücklegen und noch gewinnen. Also es ist alles möglich. Man wird immer seine Chancen kriegen, auch gegen Bayern München. Und dann ist der Wille gefragt und ja, die Überzeugung, dann die Dinge auch zu machen. Und ja, man muss einfach hinten extrem aufpassen, weil jeder kleine Fehler ist ein Gegentor. Nicht nur gegen Bayern, allgemein in der Bundesliga, es wird immer direkt bestraft. Und da hat Hertha sicherlich eine schwere Aufgabe, aber alles ist möglich im Fußball. Also schauen wir mal, wie es läuft. Jetzt lassen wir mal deine Auswärtsspiele in München sein, aber du hast auch trotzdem gute Erinnerungen an Spiele gegen Bayern München. Also ich erinnere mich daran, 2 zu 1, zwei Tore von Angel Voronin. Da hat auch Patrick Eberle um den Platz gestanden. Ja, also damals Lucien Favre, der Trainer, war allgemein, wenn ich so zurückdenke, die beste Saison, die ich im Hertha-Trigot erlebt habe, 2 zu 9, 2 zu 10. Und ja, er hat uns super eingestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also er hat so ein bisschen Frank Ribéry versucht, aus dem Spiel zu nehmen, der in unglaublicher Form war. Und wir haben ihn teilweise zu dritt. Also ich weiß noch, dass ich, glaube ich, Mark Stein und Paul Dardai aus der Mitte dann immer rübergeschoben ist, um ihn zu doppeln. Und er hat keine Schnitte gesehen. Und so haben wir dann halt über diese Erfolgserlebnis das Spiel weiter nach vorne getragen. Und dann, ja, gut, das erste Tor verschätzt sich, glaube ich, der Bayern München-Spieler. Und andere nickten ein und das zweite Tor, ja, Steckpass, und er macht ihn dann rein. Also, ja, Voronin, super Abschlussstärke gehabt. Auch besonders in dieser Saison für uns sehr, sehr wichtiger Baustein gewesen. Ja, und da haben wir halt hinten relativ gut verteidigt. Man kann auch nicht immer alles verteidigen, aber Bayern hat zwar noch getroffen, aber im Endeffekt, ja, denke ich schon, auch kein unverdienter Sieg zu Hause gewesen damals. Jetzt hast du gerade selber erzählt, Ribéry mit drei Gegenspielern bearbeitet. Ich habe es eben schon ganz am Anfang gesagt. Erinnere dich mal an deine Karriere bis hierhin. Wer war der Gegenspieler, von dem du sagst, boah, gegen den möchte ich nicht nochmal und gegen den wollte ich nie. Der war echt unangenehm, weil der, warum auch immer. Schwer, also in der Bundesliga gab es eigentlich nicht viele so. Da habe ich mir nicht so sehr irgendwie eine Platte gemacht vor den Spielen, wer da jetzt mein Gegenspieler ist, sondern, ja, habe einfach drauf losgespielt. Er war noch relativ jung, da ist man im Kopf noch nicht so weit, dass man sich irgendwie jetzt da über Gegebenheiten so eine Platte macht. Da wollte man einfach nur rausgehen, kicken und möglichst gewinnen. Das war natürlich das Ziel von uns allen. Und so dann fing es an in meiner Spanienzeit, Barca, Real Madrid. Da sahen schon ein paar andere Kaliber auf dem Platz. Und ja, schwerster Gegenspieler würde ich sagen, ja, Daniel Alves, Marcelo vielleicht. Also, da, die haben die immer viel Platz gelassen, aber in so Bereichen, wo es eigentlich für die, die wussten, da kann kein Tor raus passieren. Also, die haben mich auch flanken lassen von 30 Meter vom Tor entfernt. Und ich weiß auch manchmal, warum greifen sie mich hier an. Aber, ja, Spanien ist mehr das Spiel durchs Zentrum lastig und da packen sie dann zu, ja. Spontan hatte ich so den Gedanken, gegen den du aber, glaube ich, nicht mal gespielt hast und deswegen bist du, glaube ich, nicht so unglücklich drüber. Mike Franz wäre bestimmt eine richtige Mistmale gewesen, ne? Ja, da kann ich mich erinnern. Also, mit Mike habe ich mich schön beleidigt im Spiel. Das war in dem Leiterspiel in Karlsruhe, wo wir 4-0 verloren haben. Und die ganze Saison quasi mit dem Spiel zerstört worden ist, in meiner Augen. Ja, definitiv. Und da war Mike Franz auf der anderen Seite und ich weiß noch, wir haben uns schön beleidigt, irgendwie gegenseitig und nicht viel später sitzt er auf einmal bei Hertha BSC in der Kabine und ich sage, was machst du denn, du Penner? Und er meinte, ich bin doch gar nicht so, ich bin doch ein super netter Typ, auf dem Platz bin ich ein anderer Mensch, aber... Ist er aber auch wirklich, ne? Du kennst ihn ja gut. Mike Franz ist ein super geiler Typ, also ich kann nur Positives über ihn sagen. Und wir sind immer noch befreundet und ja, aber war lustig. Du gehörst, wie sagt man immer so schön, zum goldenen Jahrgang unserer Hertha, damals noch mit Falko Götz als Trainer, natürlich mit Asche, mit Prinz, mit Salih nicht zu vergessen, Salihubic und vielen, vielen anderen. Hast du, ganz ehrlich, aus deinen Möglichkeiten, die du für dich persönlich hattest, genau das gemacht, was du erreichen wolltest oder wäre vielleicht noch mehr drin gewesen? Scheißfrage, was? Ist das eine rhetorische Frage? Ja, ich bin ganz ehrlich glücklich, so wie meine Karriere am Ende verlaufen ist. Ich habe in fünf verschiedenen Ländern mit Deutschland gespielt und habe ordentliches Geld verdient und ja, habe viele Kulturen kennengelernt. Natürlich, ob jetzt hätte wenn und aber mehr möglich gewesen wären, mit Sicherheit. Also hätte ich mir diese ganzen Lapsusse außerhalb des Spielfelds in meiner jungen Karriere nicht erlaubt, dann wäre sicherlich viel mehr möglich gewesen. Es war auch mit 27 noch was möglich. Ich hätte zu Athletico Madrid damals wechseln können und mein Präsident von Valladolid hat leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann wäre ich meinem Ziel Champions League nochmal nahe kommen können. Am Ende des Tages ist es nicht so, aber wie gesagt, damals war ich schon extrem enttäuscht, geknickt. Aber es ist jetzt so, wie es ist und auch die ganzen Spieler, die du aufgezählt hast, jeder ist seinen eigenen Weg auf seine Art und Weise gegangen und ich denke, jeder kann eine super Karriere vorweisen. Und ich bin stolz auf die Jungs, was sie aus ihren Möglichkeiten gemacht haben Hast du eigentlich mit allen, weil es gibt ja über euch diese Doku, hast du wirklich mit allen im Käfig in der Adelbert-Waldemar-Straße, Waldemar-Straße ist richtig? Adelbert-Waldemar, ja. Nein, nicht alle. Mit einigen von meinen Hertha-Jungs, aber wir haben auch oft im Wedding gespielt, in der Panker mit Kevin, mit Aschkan. Und ja, überall, wo wir gerade waren, haben wir versucht, Fußball zu spielen. Und das ist das, was leider Gottes heute immer weniger wird. Also wenn ich so teilweise an Käfigen hier in Berlin vorbeifahre, sehe ich kaum noch Jungs, die da zocken. Und das ist traurig, weil wir haben wirklich bei Wind und Wetter damals da gespielt. Und da holst du dir dann auch vielleicht Sachen, was an Durchsetzungsvermögen geht, mit Einstellungen, sich gegen Ältere behaupten, gegen körperlich Stärkere behaupten. Und das haben wir damals alle schon mit 13, 14 gelernt, haben gegen 18-Jährige gespielt. Ja, da gab es auch mal auf die Socken, natürlich. Gab es auch mal hier und da mal eine kleine Bub, aber naja. Die hat, glaube ich, keinem geschadet. Die hat, glaube ich, keinem geschadet. Genau, du sagst das. Und ja, das vermisse ich so ein bisschen. Und das ist schade, dass es ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ich würde gerne, bevor wir noch weitermachen, noch mal kurz zurückblicken, nämlich auf deine ersten Spiele. Da hast du nämlich die besondere gelbe Karte eingefangen nach deinem ersten Tor. Die finde ich wirklich herrlich. Die hast du letztens gerade erzählt. Und du hast das Tor gemacht gegen Hannover 96 im Heimspiel, das 4 zu 0. Und schon alleine die anderen Torschützen. Marco Pantelic 1 zu 0, 3 zu 0, Paul Dardai das 2 zu 0 und du dann das 4 zu 0. Und hast dann nach dem Jubeln eine gelbe Karte gekriegt. Warum? Ja gut, erstmal war natürlich überwältigende Freude für mich. Dachte ich, habe ich oft gesehen, Trikot zieht man aus, wenn man ein Tor macht. Trikot ausgezogen, ein bisschen Trikot gewählt in der Luft. Zieht dann das Trikot falschrum an, schiebt die Nummer wie beim Football dann vorne. Und ja, gelbe Karte halt bekommen. Und dann kam Dick van Buric und meinte, Ibi, du musst das Trikot jetzt aber nicht mehr ausziehen, weil dann kriegst du gelb-rot. Da meinte ich, wie? Da meinte er, naja, deine Nummer muss nach hinten. Da habe ich so geguckt. Da meinte er, wie mache ich das jetzt? Na, probier mal so. Dann hat er gesagt, war Spaß, kannst du natürlich nochmal jetzt andersrum anziehen. Ja, aber es war ganz lustig damit. Und deine zweite gelbe Karte hast du übrigens dann im Spiel gegen Bayern München gekriegt, wo wir dann auch leider verloren haben. Du hast, oder wir haben schon einige Vereine aufgezählt, du hast dich praktisch schon bei deiner Verlobten dafür entschuldigt. Und was macht Hertha aus? Alles, oder? Oder erst alles? Ja, für mich schon, weil es halt meine Berührungspunkte mit Fußball in den ganzen Jugendbereich, meine Freunde, die ich gefunden habe hier in dem Verein und immer noch meine Freunde sind, meine ersten Profispiele und die Verbindung zu den Fans, die immer besonders war. Und ja, das sind auf jeden Fall, habe ich in anderen Vereinen nicht so erlebt wie hier und deswegen würde ich immer sagen, dass Hertha meine Nummer eins ist, ganz klar. Fans ist ein super Stichwort, denn die Saison ist nicht gut, müssen wir nicht drüber reden. Aber was wirklich richtig stark ist, ist der Support von den Fans, heim und auswärts. Immer Unterstützung da. Wie erlebst du das als Fußballer dann auf dem Platz? Wie wichtig ist einem Fußballer eine solche Unterstützung? Sehr wichtig, auch wenn man sie nicht immer so wahrnimmt, weil man ja so in seiner Zone ist, in seinem Tunnel ist auf dem Platz und dann nur bei Unterbrechungen, bei Einwürfen, bei Eckbällen, dann guckt man schon mal raus und sieht vielleicht eine Choreografie oder wenn man dann den Ball holt, irgendwie den Ball zu und dann sieht die Fans, wie die einen nochmal pushen. Das zieht einen als Spieler schon, ja. Und ich finde es bemerkenswert, gerade in der jetzigen Situation, wie die Fans hinter der Mannschaft stehen und gut, ich habe selbst hier gespielt. Ich weiß, dass die Hertha-Fans nicht sehr schwer sind zu beeindrucken. Die wollen einfach nur, dass du dir auf gut Deutsch den Arsch aufreißt und alles für diesen Verein gibst. Und wenn das an den Tag gelegt wird, dann wird auch eine Niederlage vergessen. Ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich, wenn du 5-1 auf den Sack kriegst und dich nicht bewegst, dann sind die Fans natürlich sauer. Und das kann ich auch vollkommen verstehen und haben sie auch ihr gutes Recht. Ich meine, sie bezahlen Eintrittskarten und ja, die wollen einfach dem Verein nur, dass jeder Spieler sein Bestmögliches gibt und sich zerweist für dieses Trikot und die Fahne. Das ist das Allerwichtigste, ja. Du hast sogar einen eigenen Song bekommen von den Hertha-Fans. Da grinst du natürlich. Und diese Ehre haben nur wirklich wenige bekommen. Patrick Ebert, du alter Raudi, du trittst die Spiegel ab, machst Kratzer im Lack und schmeißt die Roller um Roller um. Wie oft in deinem Leben bist du auf diese Autogeschichte angesprochen worden, die du mit Prinz, sagen wir mal so, bearbeitet hast? Ja, oft, natürlich jetzt nicht mehr so oft, aber es hat mich ein Stück weit noch mehr mit den Fans verbunden, das Lied. Und anfangs habe ich erst nicht verstanden, was singen sie da und was singen sie da. Und dann habe ich es mal auf YouTube geguckt, dann gab es auch so ein paar Videos, damit ich, ah, okay, jetzt weiß ich, worum es geht. Und ja, kann das jetzt mit dem Schmunzeln hören und ja, ist eine schöne Anekdote, sagen wir es mal so. Und gehört ja auch ein Stück weit zu deiner Geschichte, auch zu deiner Entwicklung. Du hast ja vorhin auch gesagt, du warst jung, natürlich gehörte auch da unerfahren dazu. Und na klar, wenn du in Berlin groß wirst und mit so einer Truppe zusammen bist, na ja, dass man da halt auch mal Scheiße baut, ist, finde ich, relativ normal. Ja, sage ich jetzt, wenn ich jetzt Max Mustermann gemacht hätte irgendwie, dann wäre das auch nicht so in die große Glocke gehangen worden. Das war halt ich, Person der Öffentlichkeit, Hertha BSC Fußballprofi und war nicht so gut zu dem Zeitpunkt. Oder allgemein als Fußballprofi, keine gute Entscheidung. Aber, Ricky hat es ja gesagt, das sind natürlich Dinge, die natürlich nicht nur das, die in Erinnerung bleiben, die man auch immer wieder mit dir in Verbindung bringen wirst. Aber natürlich auch genau den Einsatz, dass auf die Fans zugehen, also gar nicht so eine Distanz entstehen lassen, oder? Nee, auf keinen Fall. Also ich war immer der Erste, der nach einer Scheißleistung in die Kurve gegangen ist und mich entschuldigt hat. Und das würde ich auch immer wieder so machen. Und wenn dann mal das ein oder andere Bier dir entgegen geflogen kam, weil sie nicht zufrieden waren, dann ist das halt so. Aber da musst du dich stellen und da musst du offen sein und auch Kritik annehmen. Und dann, ja, dann ist das nach dem Spiel dann auch vergessen. Dann hake ich es als Spieler ab, die Fans sollten es dann auch abhaken und mir die Chance geben, im nächsten Spiel es besser zu machen. Gibt es irgendein Spiel, wo du sagen würdest, genau das ist das Spiel meines Lebens, was ich immer in Erinnerung kam werde? Muss jetzt nicht zwingend ein härter Spiel sein. Du hast ja salopp einfach mal so Real Madrid und Barcelona erwähnt, gegen die du ja so als härter Spieler ein Tor gemacht hast, ne? Ja, im Freundschaftsspiel Real, aber gegen Barcelona haben wir später dann auch mal gespielt, durfte man in Erinnerung. Gibt es irgendein Spiel, wo du saßt? Ich könnte jetzt wirklich speziell keinen Spieler vorherheben. Also die ganzen Hertha-Heimspiele waren immer ein Genuss, zu Hause zu spielen in diesem Stadion. Ich liebe dieses Stadion. Viele haben mich immer dafür belächelt, sagen, ja, die Atmosphäre und so. Ich sage, aber wenn du auf dem Platz unten bist, ist es anders. Wenn das Ding voll ist, ist da schon Stimmung. Also das nimmt man auch schon wahr. Gerade jetzt bei dem Spiel Dresden gegen Hertha im Pokal, weiß nicht wann es war, 2019, 2020, irgendwie so. Ja, wir haben es kommentiert und sind durch die Decke geflogen. Ja, wenn ich tatsächlich ein Spiel nehmen würde, dann wäre es vielleicht dieses Spiel. Der Spielverlauf war geil, das Spiel war 120 Minuten, das Stadion voll. Am Ende hat er gewonnen, was zu meinem Glück, weil ich ja auch einen Elfmeter reingeschossen habe, im regulären Spiel mit Ach und Kraft, aber dann im Elfmeterschießen auch noch einen. Aber es erinnert mich ein bisschen so an den Spielverlauf aus dem WM-Finale, den wir jetzt hatten. So war auch, ja, und das auf jeden Fall war für mich auch dann, weil ich danach auch so aus Deutschland weggegangen bin dann in dem Jahr, nochmal ein guter Abschluss auch für mich mit den Hertha-Fans, dann nochmal dort in die Kurve zu gehen und nochmal mich zu verabschieden. Und ja, es war gut. Ich weiß nicht, wie es hier laufen wäre, wenn wir weitergekommen wären, aber dann wäre ich vielleicht auch nicht ganz so nah gegangen. Dann würdest du jetzt auch nicht in Berlin wohnen dürfen. Was würdest du sagen? Du hast ja erzählt, du bist dabei, Trainerschein zu machen. Bist du auf das Ende deiner Karriere gut vorbereitet? Ja, auf jeden Fall. Sicherlich wird Fußball mir immer sehr, sehr viel bedeuten und deswegen will ich auch im Fußball bleiben nach der aktiven Karriere. Und dadurch habe ich mir entschlossen, jetzt anzufangen mit dem Trainerschein. Und ja, ich würde gerne junge Spieler trainieren, im Jugendbereich am besten natürlich hier. Ja, blau-weißen Hertha. Wir haben nichts dahin. Man muss schauen, wie sich das entwickeln. Ich will so viel wie möglich lernen, aufschnappen. Ich habe bei Hertha schon im Jugendbereich ein, zwei Wochen hospitiert, konnte von vielen Jugendcheftrainern, Co-Trainern viel lernen und mir viel abgeschaut. Ich will alles, wie gesagt, aufsaugen und dann meine Lizenzen machen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Das ist jetzt erstmal der Plan. Aktiv Fußball weiß ich nicht, ob ich nochmal spielen werde. Im Moment geht es mir so ganz gut. Und ich bin auch glücklich, dass ich, wenn ich morgens aufwache, keine Schmerzen habe. Das ist ja, wenn viele Fußballer verpassen dann vielleicht teilweise den Zeitpunkt, wann sie aufwachen, schleppen sich dann noch über die Runden. Das will ich nicht. Wenn einer käme und sagen würde, Mensch, den Ebi nächste Saison, den könnte ich gebrauchen. So viel Energie wäre noch im Tank. Ich glaube, das Ziel wäre der Kriegverein, wo ich mir nochmal die Schuhe zumachen. Aus deiner Jugend, lass mich noch eine kleine Anekdote erzählen, die fand ich auch köstlich. Also heute werden ja Transfersummen bezahlt, auch für dich wurde ja eine Menge Geld damals bezahlt. Damals gab es drei Bälle, drei Adidas-Bälle und zwei Kästen Bier. Würdest du heute einen Jugendspieler dafür gehen lassen? Wenn du dann in der Jugend trainierst? Ich glaube, das ist gar nicht mehr möglich. Nee, aber ich sage auch heutzutage, der Fußball hat so ein bisschen, ja, das Geschäft so ein bisschen verändert. Der Fußball, sag ich schon, das Geld, die Finanzen. Gerade wenn man so Paris Saint-Germain und die Transfers, die sich in der Vergangenheit getätigt haben, Manchester City oder, keine Ahnung, viele Vereine. Und ja, heutzutage ist es schwerer, irgendwie einen jungen Spieler zu überzeugen, dass er dann bei dem Verein bleibt. Und da gilt es, Empathie zu zeigen für den Jungen, ihm aufzuzeigen, dass er hier eine Chance hat, Profi zu werden, wenn man jetzt mal härter den Verein nimmt. Und ja, weil finanziell wird es schwer mitzuhalten, da braucht man halt Zuneigung den Jungen, sich um ihn kümmern, ihm helfen, wenn er Probleme hat, neben dem Platz, auf dem Platz. Er muss einfach immer da sein. Und das ist wichtig. Dann kann man auch junge Talente halten. Und so ist es ja bei uns auch. Wir sind alle hier Profi geworden. Auf dem Grund, weil wir hier groß geworden sind, so wie viele andere junge Spieler jetzt auch. Und wir immer den Ziel hatten, irgendwo ein Bierstadion zu spielen. Wir wollten nicht hier im Manns-Bauern-Stadion spielen, im Amateur-Stadion. Natürlich hat es auch Spaß gemacht, aber wir wollten da oben spielen, wo die Großen spielen und wo wir schon als Kinder Schermitz-Dick gesehen haben. Und das, denke ich, muss man den Jungs mitgeben auf dem Weg, gerade den Jungspielern. Und vielleicht anhand von unseren Spielern, die es damals geschafft haben, das den Jungs auch aufzeigen. Eins kann ich dir versprechen, den letzten Satz spielen wir den Verantwortlichen aus der Akademie vor und schon bist du irgendwo Trainer. Finde ich cool. Patrick Ebert, vielen herzlichen Dank. Besten Dank dafür. Viel Glück auf deinem Weg, was immer kommt. Der Hertha on Air Podcast. Erzählt gerne anderen Herzahnerinnen und Herzahnern davon. Lasst ein Like da, teilt ihn, abonniert ihn am besten. Dann verpasst ihr nämlich gar nichts. Und damit verabschieden wir uns mit einem Hau He. Hau He. Hau He und winke, winke in die Kamera. Das habe ich befreundet. Das mache ich gerade. Ich schjorf. Hau He. Hau He. Hau He. Der Herzahner. Vielen Dank.